Fachbegriffe in unter 120 Sekunden erklärt. Heute die Pädagogik nach Emmy Pickler. Emmy Pickler wurde am 9. Januar 1902 in Wien geboren und ist am 6. Juni 1984 in Budapest gestorben. Emmy Pickler studierte Medizin und war als Kinderärztin tätig. Emmy Pickler hat die Elementarpädagogik stark geprägt. Vor allem ist sie mit ihren Erkenntnissen und Ansätzen im Bereich der Krippenpädagogik ein Begriff. Emmy Pickler entwickelte einen eigenen pädagogischen Ansatz mit eigenen Vorstellungen über die optimale und gesunde Entwicklung des Kindes. Die Pickler Pädagogik steht vor allem für die Beziehung zum Kind und dafür, dem Kind Raum und Zeit zu geben, damit es sich ungestört den eigenen Möglichkeiten entsprechend entwickeln und entfalten kann. Nichts in der kindlichen Entwicklung muss von außen künstlich beschleunigt werden. Pickler war der Auffassung, dass ein Druck auf das Kind sogar schädlich wirkt. Das Kind wird als kompetentes und aktives Wesen beschrieben. Dem Kind müssen Möglichkeiten und Herausforderungen gestellt werden. So kann es dem eigenen Drang nach Bewegung nachgehen. Emmy Pickler formulierte als einen Grundsatz die Möglichkeit zur aktiven und freien Bewegungsentwicklung des Kindes. In ihrem Ansatz war vor allem eine achtsame und beziehungsvolle Pflege und Beziehung zum Kind wichtig. Diese dient als Fundament zur Förderung der kindlichen Entwicklung, lässt sich beispielsweise dadurch fördern, dass die erwachsene Person mit dem Kind in einem ernsthaften Dialog tritt und ihm dabei wertschätzend und achtsam begegnet. Emmy Picklers Pädagogik beinhaltet noch viel mehr Grundsätze und Gedanken. Es gibt schon ein ausführlicheres Video zum Thema auf diesem Kanal. Ich verlinke es dir in der Infokarte. Ich verlinke es dir in der Infokarte.